Hey, ich bin Pauline und ich bin hier heute in St. Augustin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, wie man hier hinter mir sehen kann. Und ich habe mir die Challenge gesetzt, in drei Tagen ein Spiel zu designen und dafür nehme ich euch mit. Let's go! So, ich bin jetzt hier an meinem Arbeitsplatz und für das Design für das Spiel benutze ich Co-Spaces. Habe ich hier auch schon mal geöffnet. Das verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung, genauso wie den Rest der ganzen Materialien, die ich verwenden würde. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an. Ja, ich habe das hier geöffnet. Ihr müsst auf Replay drücken und dann auf Co-Spaces erstellen. Dann könnt ihr euch irgendeine Szene aussuchen. Ich habe mich für MT-Scene jetzt entschieden. Und dann, wenn wir auf Bibliothek drücken, sehen wir hier anscheinend irgendwelche Figuren, Menschen, aber auch irgendwelche Tiere. Ich glaube, wirklich verschiedene und alles Mögliche. Ich suche mir jetzt mal gerade ein Tier aus. Dann gucken wir, was man mit einem Tier machen kann vielleicht. Okay, ich habe mir hier einen Bär ausgesucht. Das kann man damit machen. Man kann ihn drehen. Okay, ein bisschen komisch. Und ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Ja, wie drehe ich das jetzt zurück? Okay, geschaffen. Ja, was ist das? Okay, drehen wir den. Und was ist das da unten? Ein bisschen komisch. Warum ist das zweimal da? Ja, hä? Ja, ich sitze jetzt hier. Er macht wieder eine kleine Pause ab und was zum Snacken geholt. Snacken. Sitze hier beim Humor. Kamerateam sitzt auch hier, aber ich übernehme jetzt mal die Technik. Und ja, weiter geht's. Ich habe mir jetzt hier eine Umgebung ausgesucht und geguckt, was man mit dem Bären machen kann. Und ein bisschen rumgespielt, was der noch machen kann. So sagen oder sowas. Ein Textfeld habe ich auch ausprobiert, aber egal. So, Tag 2 und ich bin wieder an meinem Arbeitsplatz. Und gestern hatten wir uns ja die Funktionen von der App angeschaut. Ein bisschen rumgestöbert da. Und heute fangen wir mit dem ganzen Design an. Ich würde euch empfehlen, erst mal ein paar Gedanken zu machen, wie ihr das Spiel machen wollt, damit ihr nicht so lange dafür braucht. Ich würde sagen, fangen wir an. Okay, ich habe mich jetzt hier für eine Wasserwelt entschieden und habe da erstmal so eine Ente und einen Wal eingefügt. Habe geguckt, was ich dort gemacht habe. Okay, ja, das hat gut geklappt, wie der geschwommen ist. Mega nice. Ja, ich bin gerade draußen, ein bisschen meine Muskulaturen aufzulockern, weil ich ziemlich lang vom Computer saß. Ich habe gemerkt, dass es wirklich sehr viel Zeit und Durchhaltevermögen braucht dafür. Und deshalb mache ich gerade eine Pause. Das würde ich euch auch raten, kleine Pausen zu machen, weil, wie gesagt, es dauert schon lange. Aber es lohnt sich. Es ist schon cool. Und es ist schon cool. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's. Ja, ich habe mich jetzt aber doch für eine andere Welt entschieden, für so einen Parcours. Die war schon so eine Vorlage und habe da auch wieder ein paar Sachen ausprobiert, ein paar Tiere eingefügt und was man alles machen muss. Und habe dann ein bisschen rumgeschaut, so ein bisschen erforscht und die Giraffe war echt nice. Ja, hey, heute ist Tag 3 und heute spiele ich das Spiel mit einer VR-Brille. Danach erzähle ich euch, wie mir diese drei Tage gefallen haben, ob es für mich schwierig oder leicht war. Und ja, ich blende euch das hier oder da ein und ich würde sagen, let's go. Also man drückt hier auf Spielen, was jetzt gerade nicht funktioniert hat. Und dann startet man, dann kann man das hier erstmal so lesen und muss auf den Blöcken hier eigentlich so gehen. Aber das geht mit der VR-Brille ein bisschen schwer, also gehe ich das hier gerade einfach mal so drumherum, um das euch so zu demonstrieren. Und zwar hier hinten, startet man, muss auf den Blöcken hier so springen, um dann hier hinzukommen und am Ziel zu landen. Denn dann kommt der Button, du hast gewonnen. Ja, es ist auf jeden Fall leichter mit dem Handy so zu spielen, weil mehr Bedienungen sind. Auf dem Computer ist es auch schwer, also nimmt immer eine Maus mit. Aber ihr werdet es selbst sehen. Und sonst würde ich sagen, dass mir die Tage gut gefallen haben, da ich gesehen habe, wie kompliziert das alles ist. Und man es mehr schätzt, sag ich mal so, wie schwer das alles ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu machen, da es eine Erfahrung wert ist. Und ja, abonniert alle den Kanal. Und unten in der Videobeschreibung steht nochmal alles drin, was ihr braucht. Und ja, ciao. Wie man auch hinter mir sehen kann. Und ich habe mir die Challenge gesetzt, in drei Tagen ein Spiel zu designen. Und ja, ich würde sagen, let's go. Hallo. Haben wir die auch noch versaut? Nee. Wie ist bei... Warte nochmal, ich habe mir jetzt zu sehen. Boah, habt ihr das gehört? Wie ist bei Game Design so ein... Wie man sieht, bin ich hier gerade irgendwo weg. Äh, ja, ich bin... Okay. Okay, so. Ich habe jetzt verloren. Ich mache das jetzt.